Oh Gott, die sind oben, noch ein Catwalk, what the fuck? Okay, gibt's ein Catwalk, what? Okay, ich geh runter, Junge. Voila! Hey Kinder, was geht bei euch ab? Willkommen zur zweiten Folge hier auf dem Kanal mit Big Wallin und dieser Hydra-Geschichte. Koop, ihr wisst schon, wir spielen auf der Karte Light und müssen einige UMP-Kills machen. Ihr seht's ja, 15 UMP-Kills. Big Wallin ist auch wieder im Stüssel, hey ho! Hello, hello! Ich starte jetzt einfach direkt. Natürlich. Habt ihr die Folge von letztem Mal gesehen, bei Big Wallin? Das war schon ziemlich, äh, zack, zack, easy. Gip, easy, nimmens, kriks, 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 easy. Auch cool, so eine Map so im halbdunkeln, hab ich auch noch nicht gesehen. Oder gibt's eine Map, wie man normalen Map-Pool, die so ein bisschen dunkel ist? Nee, ich glaub nicht, ich glaub nicht, ja. Tatsächlich sind die alle ziemlich gut ausgeleuchtet, das ist eigentlich immer ein heller Tag. Ich erinnere mich gerade an Counter-Strike Condition Zero, da gab's eine Nachtmap, an die ich mich erinnere. Eine Nuke-ähnliche, oh Gott, wo kann man denn nicht hier überall herkommen? Mir müsste direkt alles ab, so, werl, ich hab Angst. Also von hinten kann, glaub ich, schon mal niemand kommen. Ich schau mal da vorne links, oder, ja genau, du mal rechts, ich geh links. Easy, first try. Mit, oh Gott, oh Gott. 10 HP direkt weniger. Also der Bereich ist hier sehr eng, man kann hier nicht weit laufen. Da vorne kann man ein bisschen weiter gehen. Schüssel, my whiz. Hier kann man schön weit laufen und gucken, ob sie von der linken Seite kommen. Oh, ich hör's schon. Oh, shit. Ich bin low. Ja, die Fresse, die bangert. Alter, wie er nicht stirbt durch den Headshot. Nice. So, wir brauchen die um, tue. Ja, genau, wir brauchen die um. Fuck, es reicht nicht. Mir reicht's nicht. Egal, du machst jetzt die Kills. Wie gesagt, ich geh da hinten lang, da kann ich gucken, ob sie von links kommen. Da kann man sehr weit raus gehen, hier, an der Stelle. Vielleicht schon mal kurz. Ich sehe nichts, ich sehe nichts. Ich muss noch laden. Ah, fuck, jetzt hab ich gerade den gekillt, der ist schon so low, aber scheiße, man. Nice. Ich frag den an, ich frag den an. Wo ist der? Ah, das ist noch ein. Gut, okay. Da hockt einer links. Haha, der saß einfach nur da rum. Und wie er den Rücken zu uns gedreht hat. Ja, der hat Angst gehabt. Bitte nicht. Ich gehöre nicht, ich gehöre nicht dazu, ich bin Mitarbeiter hier. Ich bin hier Backfischfabrik-Mitarbeiter. Der letzte meint sich wieder verstecken zu können, oder was? Die Sterne bläht, oder was? Der ist bestimmt behindert, oder was? Der tötet uns jetzt beide. Oder legt die Bombe an, die Bombe ist ja down. Nice. So, jetzt aber die um. Oh yeah. Warte mal, wie es jetzt aussieht, wenn die Waffen haben. Strohliche. Wird den erstmal einen Molotow unter die Eier werfen. Mach das mal. Die werden auch nicht schon wieder bei dir kommen. Bei mir ist nichts. Ich kann hier sogar ultra weit gehen, ne? Ich kann hier rausgehen. Ich hör sie. Hier, rechts. Die sind... Oh Gott, die sind oben auf dem Catwalk. What the fuck? Hier gibt es einen Catwalk? What? Scheiße, warte, das haben wir nicht gesehen. Ich komm. Die haben einen Scout und so einen Scheiß. Fuck. Bitte rot. Okay, warte, warte. Nein. Scheiße. Ja, ich wollte den Bombenleger schnell noch ummachen. Okay, das war ja jetzt so ein bisschen zum Ein-Aimen. Genau. Cash hab ich auch genug. Hast du auch genug Cash? Kaff, 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 kaff. Oh Gott. Ja, ja, nein, nein. Nice. Ah, man kann sogar auf den Catwalk gehen. Wenn man über die Maschine da hinten springt. Könnte wieder Catwalk werden. Ne, unter mir. Ja, die wollen gerade hoch zum Cat. Die Pisis. Pass mal auf. Wenn du aufmachst, kann ich eine Nade durchwerfen. Ach, scheiße, warte. Oder hast du... Ah, nein, nein. Oh, nein, nein. Ja, ja. Ja. Ja, haben sie gefressen. Nice, nice, nice. Oh, oh, oh. Ich hab grad die Waffe gewechselt. Nice. Hallo. Easy. Easy. Laufen gemacht. Laufen. Easy. Komm mal mit, Mr. Easy. Ich sag dir was. Komm mal mit, Mr. Easy. Wir können hier einmal außen rumrennen. Falls mal was sein sollte. Ist das nicht easy? Ich hab grad gepiept. Ich hab grad gepiept. Ich hab' mir zum Thema außen rumrennen können. Ja gut, ich sag's mal so. Wer nicht schnell genug wie ein Wiesel ist, ja? Der ist halt langsam wie ein Opossum. Ha, jö. Bitte kommt jetzt hier. Dann kann ich hier, nehm' ich einen Monokopfplatz. Oh, fuck. Wo unter mir? Bomb ist gedroppt. Nate ist gedroppt, meine ich. Okay, ich geh runter, Junge. Voila. Scheiße. Alter, machst du so Harakus oder was? Mann, 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 das war cool. Einfach runter gedroppt. Bugts. Okay, eine Runde noch. Sollte doch easy zu schaffen sein. Werde ich hier mal absmoken. Ich denke, das ist die richtige Taktik, die wir hier an den Tag legen sollten. Ich mach das gerade einmal. Ich bin jetzt wieder außen. Guck, dass von links nichts kommt. Wobei ich von der Cat... Ah, ich... Ja, außen kommt. Ach, scheiße. Ich mach da nicht mehr zu entlassen. Ich sehe, machst du das alleine? Easy. Es läuft. Einfach mal tun. Du bist der Aufnahme, Mensch. Du nimmst auf. Wir sollen die Kills gebühren. Okay, Arten. Flock, Flock, Flock. Tot. Einer ist low. Der andere muss low sein. Er schmeißt da. Nate, Alter, ist da krass. Er hat sich selbst gekillt. Weißt du, dass es für den letzten Tag nicht war? Ja! Nice! Das war ja mal easy. Was haben wir jetzt hier? Schussgenauigkeit, 27%. Das ist schon eher schlecht. Das war schon locker. Die ging schon eher so in die Richtung locker, die Runde. Okay, gut. Ab Moderation. Ja, das war es auch schon hier mit dieser Map Light. Genau, Light hieße. Wir sehen uns dann bei der nächsten Runde auf Wallins Kanal. Macht's gut. Und Wallin hat die letzten Worte. Teggenbach wieder schwitzt beim Kacken. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Alles klar.